Musik Das alles! Und noch viel, viel mehr gibt's in... Ollis wilde Welt? Ja! Also, seid dabei! Heut um zwei... ...im... ...KiKA! Ein Stein ist der Stolz von Venedig und wird heiß begehrt. Was führst du im Schilde, Jakob? Die große Kostüm-Regatta ist der Beginn des Karnevals. Am Ende des Rennens wird der Q-Wang hoch oben auf die Spitze des Turms gelegt. Gina und Marco brauchen eine geniale Idee, den Räubern endgültig das Handwerk zu legen. Gina, wir haben gar keinen Schlachtplan. Ich wusste, dass du das sagen wirst. Die Jagd nach dem Q-Wang. Montag bis Freitag, 17 Uhr im Kika. Wie geht's in der Lage? Das ist das, was der Gäste. Wir starten. Vielen Dank.